Wetterwechsel an der Achtuba ist immer ein gutes Zeichen, vor allem wenn man auf Schlechtwetter wechselt und wir die Aralbar besuchen. Denn die soll hier gerade laufen und ich teste das gerade mal. Also legen wir los hier, ab auf Aralbarbe an einen doch schon recht bekannten Spot für die Aralbarbe. Ich bin ein bisschen übertrieben groß unterwegs, denn irgendwann muss doch auch mal die super dicke, fette, riesen Trophy Aralbarbe hier reingehen. Das wäre doch mal richtig gut. Irgendwann wird sie auch bei mir mal reinballern, wird auch langsam mal Zeit. Und ich hoffe gerade jetzt eben hier bei Schlechtwetter, dass das nochmal ein bisschen abgeht. Gerade eben war die ganze Zeit Sonnenschein, da ging auch wirklich nichts. Dann habe ich gerade nochmal die Entfernung ein bisschen getestet. Ich habe angefangen hier mit 17 Meter, bin jetzt nochmal raus auf 21 Meter und kurz danach, zack, zack, kam auch direkt wieder nochmal Aralbarben rein. Allerdings ist natürlich das immer noch keine Frequenz und auch das kein Frequenzfisch. Der geht zwar ab und zu mal rein, der Fisch, beißt auch immer mal wieder, aber eine richtig hohe Frequenz ist da in der Regel ein bisschen seltener. Mein letzter Test war hier oben an der Stelle auch ja recht bekannt. Das funktioniert ganz gut, auch ein paar Meter weiter hier in der Area, also immer hier in diese Rinne rein, geht auch immer wieder ganz gut. Und jetzt ist es die Stelle, wo man quasi hier ans Ende zu dem Baum wirft. Also einmal quer rüber, aber man landet natürlich dann hier genau in der Mitte auf, naja, zwischen 17 und 21 Meter ist es nicht verkehrt. Damit landet man immer noch hier in diesem Bereich. Ja, so sieht das gerade aus. Ich werfe quasi von hier aus den Baum da hinten an und damit landen wir dann eben genau hier in dieser Area. Und das passt oder sollte eigentlich ganz gut passen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was da noch geht. Ja, eine war wie gesagt vorhin irgendwas Kleines und jetzt gerade eben auf 21 Meter. Das war mit 17 Meter klebt und jetzt auf 21 Meter nochmal umgeändert. 4 Kilo, 7 Kilo ist schon nicht verkehrt. Auch Kohlemäßig ist das schon richtig gut. Und ja, beim letzten Angeln auf die Aralwabe war die Frequenz auch tatsächlich ähnlich schlecht. Trotz allem, wenn man so ein paar Fische in dieser Größe fängt, ist das doch noch lohnenswert. Also, die bringen erstaunlich viel Silber ein und dementsprechend ist das gar nicht so schlimm, wenn da die Frequenz nicht so wahnsinnig hoch ist. Allerdings kann man das eben auch hier dann nicht erwarten, dass man hier einen actionreichen Spot hat. Also, hier geht es dann eher darum, dass man vielleicht so halb AFK nebenbei noch auf die Aralwabe angelt. Ich werde das hier auch ein bisschen länger noch ausnutzen und hier weiter stehen bleiben und einfach immer wieder reinballern. Und auch wenn ich hier zwei Stunden sitze und immer mal wieder ein, zwei von den Aralwaben reingehen, ist mir das komplett ausreichend. So, vom Setup her relativ simpel, beziehungsweise hier noch komplett übertrieben. Ich sage mal, ein 1-0er-Haken sollte ganz gut gehen. Ich habe es einfach komplett übertrieben mit einem 3-0er-Haken in der Hoffnung, dass da auch was richtig Großes reingeht. Ich bin hier komplett mit 36 Kilo Setup unterwegs und das Ganze hier Aralbaben typisch mit den kleinen Pellets. Also, komplett auf Doppelpellet, kann ich jetzt gerade nicht anzeigen, also Doppelpellet eingestellt hier oben und dann eben mit Flusskrebspellet, Krabbe- und Fischpellet und Flusskrebs als Dip. Hier fällt mir gerade ein, ich könnte noch mal ein bisschen was ändern, denn was zuletzt ganz gut funktioniert hat, an dem Spot da oben, an dem hier, das war ein anderer Dip und zwar hier Auster und Krabbe vom, so jetzt noch mal eben raus, zack, auf 21 Meter, schön mit PVA natürlich und Gibi. So, vielleicht geht ja hier auch noch was auf Auster und Krabbe ein bisschen besser, gucken wir mal. Von der Kombination hier auf dem Setup jetzt hier ein bisschen kleiner mit einem 1-0er-Haken, das sollte eigentlich komplett ausreichen. Man kann auch mit einem 1er reingehen, da sind mir dann aber viel zu viele kleine Beifänge, auch unmaßige dabei, das ist dann ein bisschen ärgerlich. Also, so ein 1-0er kann es schon ganz gut sein, damit man dann eben auch hier die großen Brocken bekommt. Und mit den 3-0ern, wie gesagt, drücke ich mit Sicherheit die Frequenz noch mal weiter runter, aber das ist mir wurscht, wenn, dann sollen eben die großen reingehen, die dann eben auch ordentlich Silber bringen. Von der Futter-Mische, gucken wir mal eben hier, das ist das PVA oder eben die Futter-Mische. Die ist jetzt hier gerade mit Raps, mit Grill, mit Krabbe und Flusskrebs in Kombination. Da gibt es bestimmt auch noch andere Kombinationsmöglichkeiten, die man ausprobieren kann. Ich teste jetzt gerade die. Gucken wir mal eben rein. Aral, 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 da gibt es noch einiges anderes. Hier nochmal mit Lehm, Sonnenblumenkern als Basis, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann gibt es hier Aral auf Muschelbasis, kann man natürlich auch machen, dass man komplett auf Muschel geht. Und ansonsten hier das mit Eps, das ist die, glaube ich, genau, das ist die von Gerade. Und dann gibt es noch die mit Krabbe und Muschel. Auch das kann man natürlich kombinieren und einfach mal testen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon alles recht ähnlich. Hier noch mit, ja, hier fehlt sogar noch eine Komponente. Also verschiedenste Möglichkeiten eben hier auf die Aralbarbe zu gehen. Letzten Endes sind es aber immer recht ähnliche Köder-Kombis bzw. Futter-Kombis. Es ist Nacht und es bimmelt los. Na, das ist doch ein Ding. Also, da geht doch noch ein bisschen was in der Nacht. Ich warte jetzt eigentlich eher so ein bisschen noch auf die Morgenstunden, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Na, den Kutum nehme ich doch auch gerne mit. Gar nicht so schlecht. Kutum und das hier gerade auf 3-0er-Haken mit Pellets und Krabbe. Da können gerne noch mehr reinballern. So, raus damit. Und jetzt hier auf 1-0er-Haken, aber auch da schon wieder ein bisschen was Kleineres. Ich nehme auch gerne noch ein paar Kutum mit. Kein Problem. Eine kleine Aralbarbe. Na, guck. Also, schnell wieder raus damit und hoffen, dass gleich in den Morgenstunden noch mal richtig was reinrasselt. Ja, die Morgenstunden sind so gut wie durch und es gibt wenig Gebimmel. Es gibt einfach wenig Gebimmel. Aber es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht nach dem letzten Mal. Jetzt kommen die auch noch hier. Die Wildis. Ja, nach dem letzten Mal, wo ich auf der Aralbarbe war, da war das ähnlich. Und dementsprechend ist das soweit ganz okay. Okay, ich gehe jetzt hier noch mal runter auf einen kleinen 1er-Haken und gehe jetzt hier tatsächlich doch noch mal ein bisschen kleiner rein mit Krebs, Krabbe und Fischpellets. Und hier lassen wir das auch noch mal. Wobei, das war jetzt hier gerade die Änderung mit dem Dip und da sehen wir schon sofort den Wildkarpfen. Wenn jetzt hier natürlich mehr Wildkarpfen kommen, die will ich natürlich nicht unbedingt haben. Ich meine, besser als Nichts fangen ist halt okay. Aber Zielfisch sollte ja die Aralbarbe sein. Und hier ist es vielleicht auch einfach deutlich zu groß gewesen. Und von daher gehe ich einfach noch mal ein bisschen kleiner rein und werde es jetzt hier auch gleich noch ein bisschen weiter testen. Beziehungsweise einfach hier die Routen im Wasser lassen. Und währenddessen noch ein bisschen was anderes machen. So, so und so ähnlich ist es. Also eine gute Stunde ist jetzt rum. Und ja, ich blende das gleich am besten mal ein, was das Ganze denn hier gebracht hat. Und ich ziehe jetzt trotz allem noch mal weiter durch. Also anfangs waren es jetzt hier quasi auf 17 Meter. Das war nicht so wirklich erfolgreich. Auf 21 Meter geht schon mal ein bisschen mehr. Und ja, was jetzt hier noch geht oder ob ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen an der Futter mische, mische, werden wir sehen. Gucke ich, teste ich, probiere ich. Wenn ich da noch was ändere, schreibe ich es auf jeden Fall noch mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, ausprobieren und testen. Und gerne auch euer Feedback senden, ob das für euch hier funktioniert hat oder nicht. Oder was ihr anders gemacht habt als ich, Petri Ullimmels. Ich hoffe, es hat geholfen. Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags, Mittwochs und Freitags, Mittwochs und Freitags.